Hallo und willkommen zurück auf Chaos auf Deponia. Wir hatten eigentlich den Megaplan. Okay, wir hatten einen unsicheren Faktor in der Gleichung, das war der Rufus. Jetzt kam noch einer hinzu, das war die liebe Goal, wer hätte das denken können. Ja, und dann kam noch die liebe Bienert und hat irgendwo drauf gedrückt. Aber ich dachte, ach egal, kann ich schon gucken, was da passiert. Nix, jetzt sind wir hier irgendwo am ADW. Und eigentlich müssen wir immer noch Deponia retten. Und ich weiß nicht, wo wir sind und finden wir nochmal heraus, was wir machen müssen. Hier gibt es einen Tank für Dieselöl. Autsch, solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Okay, haben wir eigentlich noch irgendwas? Klopfzeichenzettel. Ah, okay. Und die Fernbedienung. Was waren die jetzt nochmal? Ich blick schon gar nicht mehr durch. Ach, die war doch eigentlich für Tony. Also, nee, wie komme ich jetzt auf Tony? Nicht für Tony, für Goal, für die andere Goal. Nicht für die Goal. Hey, Goal, alles gut bei dir? Langweilig. Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge, gehört alles zum Plan. Oh je. Ja, zum Plan. Den Plan, den haben wir schon lange über Bord geworfen. Ganz schön gewittrig hier, was? Jetzt macht ihr mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen. Pah, Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Haha, stimmt. Oh Gott. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Was fragst du mich? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Also, die Dinger hier, die sind ziemlich lose. Die Elektroschuhe sind senklich und haben an der Elektroschlaufe einen Elektrodoppelknoten. Ach, und ich hätte wetten können, dass es etwas mit diesem kaputten Kasten hier zu tun hat. Den man unter Profis auch Elektro-Einlage nennt. Du trägst Einlagen? Nicht, um größer zu wirken, falls du das denkst. Oh Gott. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Tja. Warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen? Also machst du es? Himmel nein! Wie naiv hältst du mich denn? Fehlt nur noch, dass du mir ein Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die... Ufus? Moment mal. Naiv, Kübel Wasser, Regenschirm. Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Käme ich nicht im Traum drauf. Gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum, aber im Wachenzustand? Zu spät. Mist. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Darauf würde ich nicht trauen. Oh, schwuppdiwupp war er weg. Na? Na? Zap, zap, zap. So. Ah, dann wollen wir mal. Der klettert jetzt nicht ernsthaft da hoch. Obala. Obala, Rufus. Das war jetzt interessant. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass er da hochgeleert hat. Aber ist ja Rufus, warum? Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Okay. Und was haben wir jetzt hier? Irgend so einen kaputten Sender. Was ist denn das da? Ach so, das ist jetzt wahrscheinlich wieder da unten, den die ja noch kaputt machen müssen, ne? Also wo sind wir denn eigentlich hier gelandet, ey? Das ist ja voll am ADW. Können wir da noch irgendwas an der Pumpe machen? Wollen wir noch mal kurz rösten? Dann wollen wir mal aus Versuchsbecken. Ob's immer noch dann... Ach. Das ist ja aber... Ups. Entschuldigung, Rufus. Das habe ich jetzt nicht rumsehen. Okay. Können wir noch? Können wir noch was machen? Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen oder vom Blitz getroffen zu werden. Ja, wo kriegen wir jetzt ein Behältnis her? Also wir haben ja kein Behältnis. Pumpe. Da kommt ja nur Ekelwasser raus. Aus dem Tann kommt nur öliges Wasser. Na super. Aber der bräuchte mir ja ein Behältnis, ne? Um dann die liebe Gold da reinstellen zu können. Gehen wir noch irgendwo rein? Ne, da geht's ja nur da hoch. Da wird er geröstet. Was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Sendeteil? Können wir da irgendwas hier machen? So viel haben wir noch nicht, ne? Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der General... Ich muss... Achso, das geht nicht, ne? Kannst du hier nicht... Okay. Autsch! Solange ich muss... Das geht nicht. Hier gibt's einen Tank... Okay. Autsch! So ich muss ihn... Entschuldigung. Also wollte ich jetzt eigentlich nicht... Also viel habe ich nicht, ne? Ach, vielleicht können wir aber auch woanders hingehen. Ah, guck mal. Haben wir hier vielleicht irgendwas, was uns helfen würde? Nö. Vielleicht spielen wir jetzt nochmal an dem Radar da rum, hä? Warte mal. Wo sind... Da sind wir jetzt, ne? Schwimmender Schwarzmarkt. Gehen wir doch mal da hin. Oh. Wir sind ja in der Antarktis. Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Och, guck mal. Da ist eine eingebrochen. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art... Weiß auch nicht. Transportables Feuer. Mist. Transportables Feuer. Das Schild ist größer als der Pol. Ja. Nicht kleckern, sondern klutzen, ne? Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Packen wir uns jetzt Schnee ins Inventor? Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Wäre irgendwie auch lustig, den da mit Schneebellen zu bewerfen. So. Ach, klingeln wir doch mal. Mist. Der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Ach, da geht's wieder zum... Also hier ist jetzt nicht so viel zu holen, oder? Ach, das ist hier das ganze Schiff, ne? Und das ist der Pol. Oder wie? Hier dieser kleine eingefrorene... Okay. Das ist ja enttäuschend. Muss ich jetzt mal sagen. Okay. Wo können wir noch? Da waren wir. Porta Fisco. Da war, glaube ich, der Sprengturm, oder? Gehen wir mal zum Schwimmenden im Schwarzmarkt. Ich glaube, da kommen wir her, oder? Oh, können wir wieder weg? Ich habe nicht gekriegt. Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Siegall. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie anlügen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis, und den habe ich Ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Ich weiß aber jetzt ehrlich nicht so, wie ich so traurig bin. Was ist, wenn wir rein wollen? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht so, ob ich so traurig bin um Siegall. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Er hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Will Köderfisch klauen? Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Ist er das gar nicht? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen. Irgendwie sowas, ja. Beklauen. Was haben wir jetzt? Ein kleinköder Fisch. Mensch, Gohl, du kannst die doch einfach alle zusammenhauen. Wir kommen jetzt also da nicht mehr rein. Was ist das hier für ein Napf? Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus. Oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Das weiß dann, bis jetzt er auch. Komm, Kitsch, 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 Kitsch. Komm, jo. Zeig Onkel Rufus den geheimen Weg in den Gadget Shop. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Ja, voll Rufus, dafür sind die Katzen bekannt. Guck mal. Komm, Kitsch, 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 komm, jo. Oh, schau mal, was ich hier Feines habe. Vielleicht kommt sie da unten durch die Katzenklappe. Die Katze scheint sich hierfür nicht zu interessieren. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Verwöhntes Biest. Ich finde sie süß. So klein. Und so weich. Du bist weich. Besonders in der Birne. Oh, ich finde die Goel lustig. Achso, warte mal. Soll ich noch den Fisch da... Schau mal, da unten ist so ein Zugang, da könntest du ja durch. Können dir irgendwo mehr hin, ne? Wo sollen wir denn jetzt Thunfisch herbekommen? Hast du Thunfisch, Angler? Na du? Pst, mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Du meinst nicht so, als hast du Angst. Du meinst nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. So. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Dass es mir zu blöd, ich verschwinde. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein. Ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Ein bisschen fühlen. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Bist du. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Na los, angel weiter, du Feigling. Könntest du ein Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Eieiei, Bock, Bock, Bock. Das kannst du gar nicht, oder? Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappelphilip. Ich bin Angler. Ich habe meinen Zauberwürfe gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Aha, da bist du an den Falschen dran. Ja, das sage ich dir auch. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Das glaube ich nicht. Ich sage doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst, wenn du verschwindest. Ach komm schon, angel mir einen Stiefel. Vergiss es, ich bin Angler. Ich angle Fische. Jede Art von Fisch? Natürlich. Große, kleine. Welche mit Schnürsenkeln? Vergiss es. Mist. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Das ist ja voll der Zen-Meister. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Komm schon, ich bin auch ganz ruhig. Selbst, wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist. Du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Aber wir brauchen ja einen Stiefel. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich dringlich nicht bin? Ich hab mal... War das eine Heraus... Nein, das war... Haha, ich habe noch das Wernbevor. Hm. Hahaha, ich seh niemand. Okay. Ich glaub, der ist doch ein ganz schön harter... Brocken. So, jetzt haben wir wieder nix. Also, jetzt hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Also, schauen wir mal zum nächsten. Haben wir überhaupt noch Porta Fisco war, glaub ich, noch, ne? Haben wir hier irgendwas? Ne, ne? Wir haben auch keinen Thunfisch hier irgendwo. So, da waren wir schon. Das war das da oben. Der Nordpol war ja sehr unspektakulär. Dann fahren wir mal da hin. Da waren wir ja noch nicht. Oh, guck mal. Hier ist schon ein bisschen mehr los. Das ist also Porta Fisco. Die einstige Metropole am rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen. Das dachte ich sogar mir. Was stimmt hier nur so furchtbar? Das dachte ich mir auch. Hier sieht es jetzt nicht wie eine Metropole aus. Ich dachte, jetzt kommt hier so Porta Fisco. Das klingt wie so... Ach, so ein romantisches Städtchen am Meer. Oh, was haben wir denn jetzt eingesteckt? Einstrumpenkehrer. Wollte eigentlich mit dem Typen da reden. Aber okay. Komm, wir gehen erstmal... Das sieht doch hier wie so ein Wahrsager-Schuppen aus. Oder so, ich weiß nicht. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Ja. Entschuldigung. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja. Aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnungen für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst? Und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeiten vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja. Aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Okay. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Und warum machst du es nicht? Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Langweilig. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Vorgearbeitet? Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Äh, was für eine Katastrophe? Ups. Ähm, das gewirkte Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ja, ja. Äh, 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 äh. Ungewissheit spielt Nacken auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Uuuuh. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Uuuuh. Uuuuh. Ach, verdammt. Uuuuh. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen. Glaub mir. Er kennt uns zu gut, ne? Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Ja, wir kommen mal wieder. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananen-Diebstahls ist gekommen. Wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Na los. Nein. Füge dich deinem Schicksal. Nein. Niemals. Vielleicht brauchen wir die noch. Na los. Nimm sie. Greif zu. Nein. Im Gadget-Shop gibt es so einen Bananen-Entkrümmer. Komm, nimm sie. Hahahaha. Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Das machen wir. Wir haben uns einfach unserem Schicksal entgeben. Können wir noch was machen? Wir können nochmal mit der lieben Gold eine Paarberatung machen. Das wäre bestimmt sehr interessant. Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Was stinkt dir eigentlich? Das stinkt dir eigentlich so. Ich hoffe, das bist nicht du. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Das ist der Typ dahin. Thema beendet. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaube ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Oh. Keine Spur von Donner-Goal. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff. Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Cool. Cool. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nee. Das kann ich dir sagen. Nee. Irgendwie sagt er mir auch was, aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Der Müffel, ne? Das ist der Müffler hier. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt. Obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Gun. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, bist du ja in der falschen Adresse. Keine Sorge. Ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja. Sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee. Och bitte mach das nicht. Hey ho, Digga. Was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja. Ich habe nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippel, Bruder, um die Gebräuche der Träms zu studieren. Ähm, genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen. Aber nur fast. Zugegeben. Dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber, 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 paar Widerworte. Ich bestehe darauf. So, ist doch die liebe Stimme vom lieben Gronkh, oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Das hat sich sehr, sehr danach angehört. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja, ja, ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Äh, falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschorf von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Orchidaleen. Erkennt sie nicht, die Orchidaleen? Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Aber ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. Oh, danke für den Hinweis. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur in deiner Rolle zu bleiben. Oh Gott. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Ach, so meine gute Rufus, die Beatbox. Es ist ganz einfach. So. Tschu. 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 Und jetzt du. Um, 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 um. Tschu. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove. Yeah. Er ist cool, beliebt und plässig. Er kickt erst erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und style springt wie ein Alper geht? Wer kommt kass und ganz weit rum? Wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Hey, hey, hey. Was, was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue meinen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut. Pänner. Ach, tschu. Ne, haben wir die Errungenschaft Freestyler freigeschaltet. Freestyler. Also, hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein, tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Henner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. So, kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar, was möchtest du wissen? Äh, genau. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Äh, gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegssoll abgeriegelt. Was? Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Äh, na klar. Der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ah. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich, äh, ich kenne nur den hier. Der ist voll geheim. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegssoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt. Es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Ja, mit Sankt Deponia. Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Tatsächlich. Mehr als du denkst. Äh, bitte was? Äh, beim Gähnen verrenkt. Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Beim Gähnen verrenkt. Ah. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, ja. Das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Oh, so groß. Du bist, ah. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als, äh, als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das, das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Ja, dann bringt er im Stiefel, ne? Ja, ich seh schon. Ich riech dich später. Ich riech dich später. Ich riech dich später. Eng dran, was ich dir beigebracht habe. Ach, Rufus, ne? Logen, Digga. Okay, noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Ja, Rufus, du bist der größte Klugscheißer auf Gottes Erdboden. So, das wollte ich jetzt mal sagen. Können wir da mal kurz hochschauen? Ach, wie schön, dass wir jetzt hier auch noch den Gronkh gehört haben. Das war sehr überraschend. Ah, Zoll. Ah, vielleicht weiß ich nicht. Reifenberg. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Hm. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Tschüssi, Kowski. Also, hier können wir nichts machen, aber wir können vielleicht die Reifen da mit unserem pontablen Feuer... Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Können wir das einsammeln hier irgendwie? Ne, ne? Aber da können wir dann vielleicht die Fackel entzünden, wenn wir die mal haben sollten. Vom Nordpol. Wir müssen den Stiefel holen. Für den Gronkh, dann kriegen wir den Schirm. Den Schirm brauchen wir hundertprozentig für den Blitzableiter. Das brauchen wir bestimmt für irgendwas im Gadget Shop. Dafür brauchen wir irgendwie noch Thunfisch. Ja, ne? Also, irgendwie so um den Dreh, denke ich, müssen wir das noch machen. Also, wir sind wieder ein bisschen gut auf Kurs. Ich hoffe es. Wir werden auf jeden Fall das nächste Mal reinschauen. Dann geht es weiter. Und dann werden wir in diesen Rebellen und in den ganz geheimen Rebellen Unterschlupf reinschauen. Ja, ich bin gespannt. Das müsste ja eigentlich der Neue sein, oder? Weiß ich nicht. Oder ist ein anderer? I don't know. Werden wir das nächste Mal herausfinden. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020